Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere Claybäume hier bekommen. Und ich warte gerade, bis alle wieder wachsen, damit wir die nochmal einmal runterholzen können. Und wir haben uns hier schon in den letzten drei Folgen eine ganz schön kleine Plattform aufgebaut. Aktuell warten wir ja drauf, dass es endlich mal regnet. Ich weiß nicht, ob man einen Regentanz aufführen kann. Muss ich mir mal durchlesen rein, theoretisch. Wächst nicht, okay. Aber wir haben aktuell endlich auch Claybäume dort. Wir können einige Sachen mal machen oder beziehungsweise auch probieren, die wir davor nicht hätten machen können. Jetzt tun wir hier schnell die Sachen abbauen noch. Die Bäume schnell weg. Und werden danach wieder ein paar, vielleicht auch ein paar normale Steinbäume pflanzen. Weil ich könnte die doch brauchen. Habe ich denn noch Steinbäume? Dann kriegst du direkt einen drauf und du kriegst auch einen drauf. Dann nehme ich nochmal zwei, wo ich aktuell auch nur einen brauche. So, und wir haben hier unsere schönen vorbereiteten Sachen wieder. Das Zeug fällt wieder zu Boden. Alles perfekt. So, jetzt war es ja irgendwie so, dass wir hier warten müssen, bis Wasser entsteht. Bedeutet, der Regen kommt. Jetzt gab es ja ein Achievement. Hier, so. Wir haben ein Bucket gemacht. Using your new clay tree. Craft and fire a clay bucket. Craft and corn to catch rainwater. Create lava, die items and bunch other uses. Okay. I'm cutting be kidding me. Craft a cottonwood sapling. What? Break a leg. Craft a bone sapling. Oh. Craft a gravel sapling. I love Lucy. Crushing tube. Das wird langsam kompliziert. Water you, what, water, oh Gott. Collect rainwater in the corner by jumping on a sapling in a crushing tube. Collect it using a clay bucket or iron bucket. Muss ich einen crushing tube machen. Was auch immer ein crushing tube ist. Crushing tube. Ich habe mich verschrieben, glaube ich, crushing tube. Was ist denn? Tube. Crushing tube. Half slabs und normale Planks. Okay, das geht easy. Da sollten wir auch genug dafür zur Verfügung haben, oder? Ja. Zack. Wir haben eh tonnenweise Holz mittlerweile. Jetzt haben wir so einen crushing tube. Und, warte. Ich habe ja auch irgendwo, glaube ich, letzte Folge. Mein. Kann ich dich da irgendein. Also, ich ziehe hier irgendwie saplings. Hm? Loy. Ich habe Wasser. Mein Gott, cool. Ich habe Wasser. Ähm. Das ist doch dumm, aber ich brauche es genauso. Das ist ja mega cool. Ich habe Wasser. Okay, und wie kriege ich Lava? Cool, dass man das hier drin sieht. Ähm. Create Lava by using right click on a cauldron while holding cobble. A torch? Fire, magma block or lava directly under the cauldron. Das sind auch andere cauldrons, weil ich glaube, meiner würde mir da verbrennen. Cauldron. Ah, schade, da gibt es viele. Ich glaube, ich sollte mir einen aus Cobblestone machen. Habe ich denn so viel Cobblestone? Nein, habe ich nicht. Äh, ja. So, puttified. Das ist ein Crass-Suppling. Der fällt gleich mal raus aus dem System. Wir haben eh schon so wenig Clay, aber wir können ja mal die puttified noch verwenden. Und dann machen wir es schnell nochmal mal mit dem Gebet. Wir brauchen Cobblestone. Cobblestone, 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 Cobblestone. Da ist der erste gewachsen. Das müsste man jetzt schon automatisieren können, weil, ah ne, die wollen ja, dass man gequält wird. Äh, ja. Da bringt sich noch gar nichts rein. Oh, da ist der nächste schon gewachsen. Wasser haben wir jetzt schon. Und jetzt brauchen wir aber so viel Cobbl dann, dass wir einen Cobblgenerator bauen können, ohne dass uns was schmilzt. Das können wir rein theoretisch auch mal schon mal vorbereiten. Denn ihr wisst ja, ich will das alles ein bisschen geordnet halten. Dann machen wir hier so mit ein bisschen Abstand. Eins, zwei, drei. Hier einen Ausgang hin. Zwei Breiten, würde ich sagen. Ist ja jetzt kein Hauptausgang. Zack, zack. Ich mach das noch ein bisschen länger einfach, damit wir genug Platz haben. Das hat nicht alles schon mal ein normales Holz um. Weil wir haben mehr tonnenweise. Und jetzt haben wir natürlich hier schon, dementsprechend so einen kleinen Übergang. Mal das normale Holz nehmen. Zack. Und hier ist dann sozusagen unsere Arbeitsfläche. Oder ich baue die hier rein. Mal schauen. Also sozusagen hier haben wir jetzt den nächsten Gang. Wir setzen auch direkt an den Gang-Einsatz hier nochmal ein paar Fackeln. ganz viele Sachen hier wiederbekommen. Oh, meine Augen brennen noch von denen. Ich hab seit, keine Ahnung, Stunden, ich hab vor, wann hab ich die Zwiebel gegessen? Aber die brennen immer noch in den Augen. Holla, die Waldfee. So. Jetzt einmal bitte beten. Beten, 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 beten. Komm schon. Einer von euch wächst sicher, oder? Das ist noch so anfangs Phase, so typisch anfangs Phase. Eben, zwei müssen schon wachsen. Kommt schon, Leute. Zwei. Zwei Bäume. Du kannst auch wachsen. Du bist frei. Eins, zwei hab ich schon mal. Komm, der wächst doch sicher. Oder ist das jetzt unser, der, der nicht wollende Hulk, sozusagen? Ach, leg mich doch. Dann wachs halt nicht. Sei nichts. Gegönnt. Vom Wachstum. Oder er denkt sich so, wenn ich jetzt wachse, dann wird er mich sicher auch gleich fällen. Genau das geht wahrscheinlich in seinem Kopf ab. So. Oh ja, aber wiederum leider einiges an Zeug. Da würde ich jetzt auch nicht... Die müssen sich doch was bringen, die Dinger. So. Weil sobald wir Koppel haben, sind wir natürlich schon mal im Vorrat, weil das jetzt hier natürlich ist eine schöne Plattform und alles. Aber gegen Feuer sind wir eindeutig nicht gewappnet. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt Vorteil auf das. So. Jetzt müssen wir dann aber auch schöne Vorräte haben. Oh, der ist kaputt. Okay. Auf Wiedersehen. Äh. Habe ich noch eine Holzachse? Äh. Auf Wiedersehen. Wie war denn das? Jetzt habe ich Koppel gemacht. Ne, an der Sieg ist das Koppel. Koppelstone. Und das gab ja den Einweg hier. Oh, zehn Koppel. Zehn Koppel. Vorne tue ich eh gleich wieder viel. So, ich muss das... Ne Fackel... Wie war das? Fackel hier sozusagen jetzt. Hin und da drauf den Cauldron. Und das sind jetzt dann, sagen wir mal, die Bottles of... Äh. Ding oder was? Aber cool, dass das so easy geht. Das macht es um einiges einfacher. Mh. Ich brauche nochmal... Habe ich noch Clay? Ne, genug Clay auf jeden Fall nicht. Ich brauche noch ein bisschen Clay bitte, Leute. Äh. Konnte ich nicht irgendwie... Oh, jetzt habe ich... Ich bin da sortiert. Das war jetzt aber nicht der Plan, okay. Äh, ne, ich wollte Clay. Clay. Das machen wir nochmal hier. So. Dann habe ich jetzt genug Clay auf jeden Fall. Und das sollte ja für ein Bucket funktionieren. Perfekt. Einmal bitte in den Ofen. Da können wir jetzt auch ein bisschen was davon reinschmeißen. Weil wir haben so viel Holz. So viel Genius. So viel schöne Lava. Und dann können wir da hinten direkt anfangen zu bauen. Dafür brauchen wir aber wieder... Dafür brauchen wir jetzt Koppel. Können natürlich überlegen, ob ich so schnell aus Erde mache. Und sozusagen einen Erde umhüllten Generator bau. Aber wir suchen jetzt einfach mal so schnell wie möglich noch ein bisschen Koppel zu kriegen. Dann sollte das hoffentlich funktionieren. Ah, schön. Hier sind die Zeppelings, die Purtified. Einmal schnell hier reinhauen. Dann sollten wir hoffentlich auch bald ein bisschen mehr kriegen. Purtified Resin. Wenn ich jetzt versuche, nochmal Koppel zu machen, sollte das ja hoffentlich gehen. Koppel. Nächste Seite. Zack. Nochmal drei. Das reicht dafür, dass ich rein theoretisch hier so sechs von denen mache. Und das ist jetzt nur temporär. Füllen wir mal den Bereich hier aus. Das sind schon sechs, ne? Was ist jetzt ausgegangen? Hier ist der Resin schon wieder ausgegangen. Das ist problematisch. Der Resin geht einem extrem schnell aus immer wieder. Ich kriege noch einen gewachsen. Da ist schon der nächste gewachsen. Perfekt. Ich muss einfach schauen, dass ich so viel wie möglich hier an das Zeug rankomme. Das muss man auch irgendwie mal an. So, wo wächst der Ärzte? Wer kriegt die meiste Energie jetzt ab? Oder wächst mir überhaupt einer? Hier dachte ich, dass das sozusagen dauert. Du tust da Koppel reinschmeißen und das braucht kurz. Das geht ja extrem gut. Ich glaube, irgendwie hat keiner Lust gerade zu wachsen. Wie viel Bäumchen haben wir denn noch da frei? So, wir machen nochmal hier schon ein Koppel. Da hat es reicht nochmal für ein bisschen was. Zwar nicht genug wahrscheinlich, aber immerhin etwas. Der Plan ist ein relativ simpler und offener Koppel-Generator gerade. Hier und hier und hier. Und dann tue ich hier Wasser hin. Achso, ja genau, da war er was. Ich bin ja... Ja, das war jetzt unerwartet. Ich habe vergessen, dass ich eh schon eins team bin. Das da ist die Normalhöhe. Habe ich nicht noch... Achso, hier hat der andere ist ja noch. Lava. Ich will ausprobieren, ob das funktioniert rein theoretisch. Natürlich läuft die daneben. Nein. Das war... Also schön, ich habe ein Koppel-Ding mehr, aber... Mann. Das war nicht der Plan. Was habe ich eigentlich erwartet? Ah, bis zum Levelkleime. Och, nö. Das war jetzt aber nicht der Plan, den ich eigentlich vorhatte. Warum bin ich auch so gierig? Ich muss doch nur ein bisschen mitdenken, dann hätte ich das verstanden. Adieu, der eine Stein, der mir jetzt was geholfen hätte. Mann, ich wollte hier den Lava-Generator hinmachen. Das gibt es doch gar nicht. Jo, klar. Ach, Mann. Natürlich ist auch gleichzeitig nochmal der Eimer kaputt gegangen. Das ist natürlich jetzt vorteilhaft. Dann kann ich mich noch mehr über mich selber aufregen. Juhu. Ich weiß noch, was das für ein Stick ist. Der Stick muss ich mir nochmal genau anschauen. Ich brauche auf jeden Fall mehr Resin. Wenn man davon redet, hier ist noch mehr Resin. Toll, das war jetzt der Big Mistake sozusagen der Folge, würde ich sagen. Weil, das war es auch schon für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wie wir versuchen, den Koppel-Generator hier einzubauen. Also, bis dann. Ciao. Alles Wunderschöne. 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 Bis zum nächsten Mal.